hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von mountain wo war mir hier stehen geblieben ich weiß es gar nicht mehr nein nicht dass das tue mal rein ja ich weiß es echt nicht mehr ich meine wir müssen hier auf jeden fall noch bänke machen das ist klar ansonsten sieht das schon ganz nice aus würde ich sagen kitzelt gerade was von nee das erzähle ich nicht nein 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 ach hier wollten wir noch haben wir schon den rand haben wir schon zugemacht ok für die ecken habe ich noch eine idee die können wir aber noch gar nicht machen dafür müssen wir noch eine weltreise tätigen oder sehe ich was da werden wir mal rüber müssen die erde da brauchen wir einen teil davon zumindest weil wegen wegen hier hoch habe ich mir ein bisschen was überlegt so wie machen wir hier weiter wie machen wir hier weiter wir brauchen auf jeden fall noch hammer hammer haben wir haben ja wir haben ja wir haben ja noch haben wir auch noch hier haben wir auch noch warum haben wir den hier reingelegt ich habe keine ahnung das ist ja damit kommen wir auch nicht weit kommen hau mal alle weg das passt dann so ungefähr aber ja gucken wir erst mal wie weit wir kommen wie machen wir denn hier weiter lassen wir hier vierer bänke könnten wir lassen hier nur eine dreier da ist platz zur ecke wir haben wir vierer ist also kein platz zur ecke aber das ist egal hier sind fenster bänke hier müssen wir sowieso platz lassen dass man dadurch kann das bin ich ja überlegen wir haben hier fünfer breite das heißt wir könnten zwei reihen machen dreier oder zwei dreier würde ich sagen oder plop 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 ich bin irgendwie im moment gar nicht so ganz hier achso ich kann ja gleich drauf springen so noch nicht so ganz hierbei bei der baustelle alter ich hätte mann so weil ich hatte mir gerade so ein paar sachen ausgerechnet für geht nicht für nun sagt schon für die sachen die wir noch brauchen so die beleuchtung im lager und so wir werden 100 close down minimum brauchen zum beispiel das wird mir gerade noch so ein bisschen durch den kopf deswegen bin ich hier noch gar nicht so ganz hier muss ich zugeben so das sind dreier bänke hier machen wir dann wieder ein zweier gang würde ich sagen müssten wir ja hier eigentlich auch noch mal so eine dreier bank machen und hier die ist dann allerdings direkt am zaun das ist allerdings ja gucken wir mal warte mal warte mal verbindet doch verbindet sich und gott sagen verbindet sich nicht aber verbindet sich doch ja ist akzeptabel das war notet gedenkt die bei her sagt so vierer tische dreier tische überall dreier tische da muss ja dann auch noch irgendwie was hin wobei man da überlegen könnte sollte müsste ja der zweite baum hier kann weg der da bleibt der da kommt weg es ist ja natürlich in den anderen ein bisschen reingewachsen aber dadurch könnte der eine interessantere platform geben wie man sehen wie sich die wieder jetzt dies bauen wenn wir dann hier wieder ein zweier gang machen wir geben sich denn dann hier die tische hier ergibt sich wieder ein einzeltisch so der war falsch platziert war aber drauf müssen müssen die exakt gegenüber liegen ich habe mich sowieso verzählt ist ja dreier hallo creeper bis zum gucken was ich mache müssen die exakt gegenüber liegen sie glaube schöner aus wenn man eine symmetrie bei behält obwohl ich mir da nicht so ganz sicher bin ob das in biergärten immer der fall ist jetzt hätte ich beide vergessen dass der creeper dazu guckt hau ab weg meine so kann hier also ein zweier tisch sogar hin wird den effekt hätte dass man hier aber nicht mehr aneinander daran vorbeigehen kann hier verbindet sich nicht das ist okay das finde ich ganz gut dann kann man so lassen da könnte man eventuell die möglichkeit geben noch so einen hinzusetzen weil sie aber nicht ob mich das gefällt ich glaube nicht nähe dann lieber die möglichkeit weiß ich nicht ich glaube nicht ich glaube nicht 1 2 3 haben wir damals war ja gemacht wie sind wir hier diesmal ach das ist cool so wie das diesband ist so ist ja hier so ein bisschen runtergewachsen da finde ich gut weil der tisch der hier drunter sein wird der hängt dann zwar halt dann ein bisschen in den kopf rennen aber das passt schon wenn da tisch ist doch wenn man mal von dem zweier weiter ausgeht dann ist da da so ein tisch machen wir einfach mal und gucken wie sich das weiterentwickelt wir können ja hier eventuell hier könnte man wieder in einer machen aber hier wieder nur zwei jahre durchgang aber hier wieder in einer tisch machen so so dann ist hier noch eine lücke aber das ist ja egal und hier wäre der nächste muss da wieder was hin mit unbedingt oder 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 ich tendiere jetzt gerade dazu so 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 und ich habe keine wir werden noch holz brauchen können wir machen jetzt erst mal 32 nur mini tisch für vier personen vier gläser bier passend auf den teichplatte also ist kein thema und der sitzt dann wie ich gerade sagte der sitzt so ein bisschen im baum drin aber das ist ja auch nicht das problem kann man ja ruhig machen weil sie schnitt bin ich mir noch nicht im klaren es wird schon dunkel alter finde hier wäre ja hier kann man wirklich wieder noch einen einer machen ich finde das gut bis jetzt gar nicht so schlecht gar nicht so schnell obwohl es mir schon fast zu viele tische sind jetzt nun gut muss man sich die workbench natürlich da weg denken ich brauche doch nur platz in der tisch machen so ich bin aber noch nicht so ganz ja ich doch dass ich glaube das team war so weiter durch hier kann man auch wieder einen freilassen wäre wieder hier können wir wieder eine vierer machen oder bis zum rand so 22 jahre oder so dann wäre das so ach verdammt ich wollte eigentlich pennen jetzt bin ich hier weiter am tische bauen das ist auch wo echt war so so da ist dahinter relativ viel platz aber dann ist ja scheißegal da kann man hier halt also entweder noch mal einzeltische machen das wären fünf hier dann geht das nicht auf sei denn man macht hier in drei hat die straße könnte man hier zwei einzeln geht auch nicht weiß nicht so der sollte da bleiben der ist ein bisschen blöd in der anderen reihen gewachsen nimmt auch sehr viel platz weg wenn er da bleibt ja da können wir wieder einen rein tun oder dass wir dann aussichtsdingen die da lassen wir aussichtsdingen oder so hier und da haben baum soll ja sein also der hier auf jeden fall der hier weiß ich nicht der da war ja an und für sich auch nicht schlecht oder hier in die ecke weil hier über eck kann ja sowieso nicht wirklich wird da kann noch einer hin auf jeden auf jeden kann da einer hin na gut ich würde ja jetzt sagen schreibt bei in die kommentare was ihr so meint aber ich mache ja gleich direkt weiter aber scheiß drauf macht es trotzdem gute nacht und bis morgen